Anspruchsvolle Anleger wollen immer stärker auch ihre persönlichen Wertvorstellungen in die Geldanlage mit einbeziehen. Für sie zählen neben Performance und Risiko auch Inhalte wie etwa der Ausschluss von Gentechnik oder die Förderung erneuerbarer Energieträger. EDA ist eine von Software Systems patentierte Kennzahl und dient zum inhaltlichen Screening von Portfolios und Investmentfonds auf Einzeltitelebene. In einem ersten Schritt definieren sie anhand von Positiv- und Negativkriterien jene Werte, die für ihre Kunden entscheidend sind. Beim EDA-Screening werden die Investments gemäß den Vorgaben ihrer Kunden bewertet. Das Ergebnis besagt, zu welchem Prozentsatz die Investments den Vorstellungen der Anleger entsprechen. Einzeltitel, welche die Kriterien nicht oder nur teilweise erfüllen, werden hervorgehoben. Auf Wunsch liefern wir ihnen auch eine Auswahl an Investments, die sowohl den finanziellen als auch inhaltlichen Vorgaben ihrer Kunden entsprechen. Software Systems liefert ihnen damit ein verlässliches Werkzeug, um die persönlichen Wertvorstellungen ihrer Kunden mit den Ertrags- und Risikoerwartungen übereinzustimmen. Grundlage für das EDA-Screening sind die von Software Systems entwickelte stufenweise Branchenanalyse sowie die Kooperation mit NGOs und verantwortungsvollen Medien. Das beobachtete Finanzdatenvolumen beträgt bereits über zwei Billionen Euro und umfasst alle Assetklassen mit über 450 Schnittstellen zu Finanzproduktanbietern auf der ganzen Welt. Mit der bekannt hohen Datenqualität von Software Systems, dem heimischen Marktführer bei Finanzdaten, können sie die Wünsche ihrer Kunden zu 100 Prozent erfüllen. EDA – eine Dienstleistung von Software Systems AT.